Musik 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 So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Vöcker Empires. Ich möchte jetzt noch mal reingehen mit... Also gegen den nächsten würde ich sagen, irgendwie ein lustiger, vielleicht ein Pumpkin noch mal. Ich glaube, das war auch lustig. Ach nee, das war... Ach doch, das war immer mit dem Spiraments und Sonne. War auch lustig. Also ich würde in den letzten Folgen wahrscheinlich noch mal... Achso, den kann ich nicht. Okay, ich weiß gar nicht genau. Machen wir den noch? Das war ja so einer der Ersten noch mal, weil wir die... Wir können auch den mit den Exo. Machen wir den mit den Exo noch mal. Gegen den hier. Gegen Among the Necromancer. Achso, Stargame, ja. Oh, wir sind ganz am Rat. Nee, sind wir nicht. Sag Gott, so. Ach ja, wieder so ein großer Vögel. Und hier gibt es die Barbarian. Hier gibt es die Barbarian Burger. Da haben wir schon acht, jetzt schon. Let's go. Da haben wir den neunten. Okay, ähm... Unser erster Weg mit dieser Potenzial nach unten rechts. Ne, also hier. Das rechts, das mit dem Monster. Also wahrscheinlich das einfachste, wahrscheinlich. Mit 180 nur. Und dann ist es sicher auch... Ist auch... Der einzige Schlimm ist halt der Necromancer. Schlimm und abgestellend natürlich auch nur. Ja, wir gehen jetzt hier mit den Agthorn. Ich habe vielleicht schon gesagt, dass ich die mich gar nicht so geil irgendwie finde. Aber, ähm... Ist halt ganz interessant. Du kannst halt jedes Mal nochmal direkt... Äh, einen Füll aus, oder? Schaffen die das? Ja, oder? Also... Oh Leute, da sind sie einfach... Weil die rausgelaufen sind, war das nicht mehr deren Lüte, deswegen sind sie hier direkt nochmal drei. Okay, das ist natürlich... Ähm... Ich würde mal sagen, ein bisschen Unlucky für ihn. Nennen wir es mal Unlucky, okay? Dann würde das auch hier nach rechts wieder gehen, obwohl das halt wie ein Turm, ne? Können hier unten reingehen eigentlich. Ich hätte auch mal eine Verbesserung machen können, ne? So, anstatt dass ich nochmal... Äh, so, auf zwei Gards verzichten, dafür halt die Dev steigern. Schau. Für 300, ne? 300 Foot und 300 Foot. So. Aber auch nur, wo die Taktik sind, die zum Dienst laufen lassen eigentlich, also Frogman. Also, war ich nicht mehr Taktik, aber kann man ja gut das Taktik brauchen und nutzen, ne? Da war es für... Sonst geht es dir aber gut. Das soll trotzdem noch easy machbar sein, oder? Das ist hier von diesem Lager eigentlich schon. Machen wir das mal kurz auf. Also, das soll ich machen. Ah, zu wenig damage auf die Häuser und so, ne? Kacke! Das ist Kacke im Mondlicht! Alter ist auch schon so alt, ne? Holy shit! Das war scherberlich, krieg ich dafür was zu wussten. Äh, Shooting stärker? Ja. Greetings! Alter, die... Beide betonen es mal, was ist los mit euch? Dann würde ich sagen, gehen wir da hin erstmal. Ja, Ressource sind noch nicht so im Flow, wie ich das gerne hätte, ne? Aber gut, die sind natürlich auch erst der Anfang, ne? Ähm, Leute, ich habe aus dem Bild ausgetappt. Aus dem Bild aus dem Spiel ausgetappt. Was ist denn los mit euch? Entschuldigung, mir hat das noch 80, was ist denn los mit euch? Ich... Ich glaube, ich packe die Lightsmaps dahin, aber ich habe irgendwie Angst davor, dass die irgendwie gleich angreifen. 400 tot, ja, haben wir ja. Ich packe mal kurz hier so ein bisschen davor. Ich... 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 ... glaube schon. Aber es hat auch schon so meinen Hauptplan damit immer. Das Problem ist, wir müssen halt hier... Der umsicherst schmiert nicht, was die Stärken sind, aber es ist halt Lobops sind das halt, ne? Wir machen aber jetzt mehr Armor für unsere Ranged. Und jetzt gehen wir hier rein, würde ich sagen. Also mit dem werde ich auf jeden Fall dann das Ding angreifen, ich möchte aber mit den... An drei Seiten. Ähm, das ist jetzt irgendwie nicht so passiv gelaufen, wie ich es gewollte. Oh Leute, da kommen jetzt die von oben. Dass die einfach laufen, wo die nicht hinlaufen sollen, das fuckt mich so oft dabei beim Game. Also ich finde das Game sehr interessant. Was geht da mal rein, bitte? Ähm, aber dass sie einfach was machen, was ich denen nicht sage. Ja. 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 Da werde ich mal nicht abbauen, weil ich habe das letzte Mal in Folge das Gefühl gehabt, dass da die Zombies da rauskommen, Kripple kann schon mal da hingehen, die falschen Anklicken, ich wollte Guard anklicken, Hallo? Guards, das war eine Attacke. Das war eine Attacke. Das war eine Attacke. Das war eine Attacke. Boah, Alter, ich bin so konzentriert die ganze Zeit, ich kann so kaum reden, weil ich einfach nur... Okay. Ich muss mich konzentrieren und ich muss das jetzt gerade hier irgendwie gerecht bekommen. Hallo! Mein Gott. Lass mich mit dem nicht das machen, was ich denn sage. Genau das. Lass mich jetzt mal kurz, das ist echt eine böse Position hier für die, ne? Was vor, wenn die Angreifen gleich nicht von... Ja, komm. Okay, wir bauen jetzt hier die nächste, dass wir dann hier oben reingehen können. Das wäre der nächste Plan. Okay. Na, was ist das denn für ein Geräusch, holy shit. Was ist das denn? Was ist hier denn los? Ich würde sagen, wir gehen mit dem hier da unten hin und gehen nach... Oh, ne, wir gehen da hin und gehen nach da hin. Weil das ist halt wieder Wasser und so und das. Komm, Attacke. Hau mal drauf. Ey, das ist halt Zombie, ne? Das geht mir so oft, dass der immer mitläuft. Geht da hinten hin. Ist mir scheißegal, was du suchst. Aber geh nicht die ganze Zeit mit dem Goldknoppen umher. Den Goldknoppen, den wir brauchen als Ressourcen, ne? Ne, alter. Jetzt gucken, was das ist... Oh, ein Grand Knight Dreck, nice. Können wir auch da einsteigen eigentlich. Dass wir hier langsam die Armee zusammenbekommen. War nicht so schlau von mir, ne, für mich gerade auch. Zombie, geh weg hier. Dann würd ich einfach nur loswerden und es ehrlich zugeben. Angriff! Aufsehen mit Gebrüüüüüüüü! Die Karol schieben wir jetzt schon mal zurück, weil das dauert nicht zu lange um die Hände laufen zu lassen. 5.000, okay! Okay! Okay, haben wir die jetzt auch? Oh! Nein, das war jetzt, finde ich, ganz so schlauch, von dem muss ich zugeben, aber okay. Ja, ich meine, wenn ich mich angreifen soll, dann wehre ich mich halt auch, ne, also. Okay. Ja, auch das war jetzt Auch das war jetzt nicht ganz so das Schlauste Also mag ich wohl zu sagen Ich geh da mal rein Das sind so brennende Larche einfach Ich weiß nicht ob die irgendwann ausbrennen oder verbrennen Also wir gehen einfach mal kurz weiter Das schicken wir mal da hin Wieder so ein Angriff der nicht so überdacht war Und nicht so durchdacht war Okay Warum er jetzt hergekommen ist da aber okay So Jetzt haben wir das jetzt hier schon mal zu weit Das ist gar nicht meinst du Ne Obwohl du auf jeden Fall da hast Nach oben Wir gehen ganz rechts und ganz links einfach nach oben Straighten auf Zeit hoch Okay lol Okay das wird noch ein bisschen schwerer werden Mit Nordman habe ich verstanden Sind das da Towers macht der Oh ich will gerne mal gucken Gesehen was der gemacht Okay 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 Wie denn muss das Wo ist das? Okay 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 Oh man ey So haben wir das hier jetzt auch Haben wir hier schon Worker gemacht? Ich glaube nicht Machen wir jetzt einfach mal so Ähm Ist das hier Also wird das jetzt noch Also diese Reihe hier noch so Ähm Mit den hier Ich könnte dann nach rechts gehen eigentlich ne Hier das ich da kurz stehen als Dev einfach nochmal Bei euch stecke ich wieder hier unten in die Zombies Weil die Zombies würde ich auf gar keinen Fall mitnehmen auf Dauer So So Da gehen wir jetzt rein mit den Die Beziehung nochmal hin zum Visier Also diese Munster Die kriegen wir nämlich jetzt auch weg So So Wir wollen sie immer mal wieder so Einen Haufen machen von neuen Bauern Von den Voidpark Wir gehen erst hier unten mit den Barbarians Wir gehen erst hier unten mit den Barbarians Diese Tausende hat doch richtig krass Holy Shit Aber ist da eigentlich der Boss dabei vielleicht? Ist er wirklich? Lol Hab ich eben nicht mal gesehen Was er da ist Ja geh mal mit rein hier Wenn die eh schon anhämpfen dann ähm Mischen wir das auf jeden Fall nochmal mit Und Rein da Geettings Geettings Pfff Ja Ja Okay 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 Ähm Wir gehen erst nach oben Wo wir uns Wasser holen Ja Dann können wir ihn mit denen nachher das da rechts holen So mit denen hier gehen wir jetzt mal hier rein Okay Ich gehe jetzt erst nachher zum Hostile Empire hier Ich gehe jetzt mal hier Ich gehe jetzt mal hier Ja Ich gehe jetzt mal hier Wir müssen ja was überlegen gegen die, ne, das ist halt das... Vor allem die Tür mit hier... Die sind halt schrecklich. Also, wir waren ja... Also, wo wir reingegangen sind, wir waren ja nicht gerade wenig Energie, die wir da hatten, ne? Hallo, könnt ihr die mal bitte besiegen? Warum schlafen die? Um... Alter, holy shit. Dann geht ihr mal da mit rein. Ihr geht auch mit da rein. Ich würde sagen, vielleicht Katapulte einfach hier en masse spammen. Wir können ja auch hier nochmal... Aber Katapulte wäre wahrscheinlich der Way, ne? Katapulte, selbst Tower. Ne Wall an beiden Seiten. Aber man kann... Man kann die abg... Also, man muss die abg... Also, man muss die abg... Also, man muss die abg... Also, die geht automatisch, wenn man das verbessert hat. Lol. Okay. Gut, dann, ähm, Tower. Das ist halt Food, ne? Food habe ich nicht so viel. Ich will eher was, was ein bisschen Wood kostet. Wir versuchen mal was ein bisschen Wood... Also, was ein bisschen Wood kostet. Ähm, wir sollten mal ein paar Bank gebrauchen, weil wir haben halt... Nicht genug Gold. So. Wir haben hier noch Vampire stehen. Und wir haben hier noch drei an, die wir bekommen können. Alles Gute. Also keine normalen Zombies halt vor allem. Und der Zombie kann dann hier bleiben. Beziehungsweise der Zombie geht dann... Hier unten rechts wieder hin, weil das einfach der weltbest entfernte Ort ist. Haha. Ja, die Zombies... Ich finde, also ansitzen die ja gar nicht schlimm. Mich nervt nur, weil ich die... Weil die Solarmersche sind, das dauert so lange, dass die leeren und... Okay, aber jetzt würde ich sagen... Wir haben eine okayer Death. Ich würde hier noch die melee armor müssen wir hören. Noch mehr Freeze Tower. So, und jetzt geht's halt Katapulte, würde ich sagen. Ganz stumpf Katapulte. Haben wir hier schon Katapulte drin? Da nicht. Da auch nicht. 73. Das reicht mir noch nicht, würde ich sagen. 111. 111. 111, um die Tower wegzumachen, sieht doch ganz gut an, würde ich sagen. Ich wollte gerade hochgucken. Dammit. Ja, okay, sie haben ja die viele Verbesserungen jetzt noch gemacht, die natürlich viel gemacht haben. Naja, natürlich bei weitem, bei weitem mehr. Okay. Ist das ja so ein ich provoziert ab, krass. Ich hab ja noch nie so richtig erwartet, die ist auf die Legende eben, muss ich sagen. Hier, warte mal, hier Katapulte, 119 Stück. Ja, 111. Und bei 8 haben wir vorher schon die Befolgerung haben. Bei Barrieron Worker ist 211. Na, 43 Axis Fowers, okay. Und das ist alles nur durch die Dings, ne? Durch die einen selber gebaut, oder? Glaub nicht. Äh, Tower ist 51. Ja, krass. Okay, das war's dann aber auch wieder mit dem vorletzten Hunt, ne? Mit dem vorletzten Monster Hunt. Einen einzigen gibt's da noch. Ich weiß ja, oder ist das so langsam hier? Der letzte Monster ist dann Mahob the Mad Dragon. Ja, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal bei der letzten Folge wieder mit dabei. Ich bitte euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss.